Wird Ihnen präsentiert von Miete erhöhen ohne Mietspiegel mit ortsüblichen Vergleichsmieten. www.mietspiegel.com. Wir vernetzen private Vermieter. Wir sind jetzt bei der Firma Whirlpool & Living. Das Produkt SoftUp, Herr Felte, warmes Wasser ohne Heizung. Das haben Sie mitgebracht auf die Messe. Wie geht das? Das funktioniert über den Hydromaten, der sich hier neben dem Gerät befindet und der nutzt die Abwärme der Pumpe, um das Wasser aufzuheizen. Es ist weltweit der günstigste Pool, da halt nur die Abwärme der Pumpe nutzt. Und somit kommen wir nur auf 80 bis 90 kW im Monat an Stromverbrauch. Dazu kommt aber auch noch, der Pool ist sehr mobil. Wenn er leer ist, wiegt er nur zwischen 30 und 45 Kilo. Das ist ein weiterer Vorteil. Heißt das, ich kann den auch variabel irgendwo aufstellen und auch selber den immer wieder dahinter transportieren? Genau. Das ist also ein leichtes Handling, da die Technik mit dem Pool nur mit drei Verbindungen aneinander gesteckt wird. Und somit kann man den Pool nahezu überall anwenden. Den aufzustellen, da ist man sehr flexibel und individuell. Aber das Design, das kann man sich auch individuell gestalten? Genau. Dafür haben wir natürlich eine tolle Farbpalette. Und da kann sich der Kunde natürlich farblich seinem Garten, seiner Terrasse oder wo der Pool seinen Platz findet, natürlich schön anpassen. Wie schnell kommt man denn jetzt an einen Wirrpool, wenn man jetzt gerne sofort in diesen Winter einmöchte? Da sind Sie mittlerweile wieder in der glücklichen Lage. Früher hatten wir vier bis fünf Monate Lieferzeit. Das ist jetzt alles langsam wieder entspannter. Was würde mich jetzt, wie er hier steht, so ein Pool kosten? Man muss schon etwas tiefer in die Tasche greifen. Aber wir liegen so im Bereich von 9.000 bis 13.000 Euro, je nach Produkt oder nach Umrandung. Wurde Ihnen präsentiert von Miete erhöhen ohne Mietspiegel? Mit ortsüblichen Vergleichsmieten. www.mietspiegel.com Wir vernetzen private Vermieter. ISHW. Gemeinsam stark.